Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem kurzen Informationsvideo von mir. Ich möchte euch kurz mal wissen lassen, was euch in naher und ferner Zukunft auf meinem Kanal erwartet. Warum ich das überhaupt loswerden will, ist ganz einfach erklärt. Die meisten von euch haben mich wegen Call of Duty abonniert. Und in den letzten Wochen habe ich immer mal ein bisschen was anderes gezockt, hochgeladen. Das hat scheinbar den einen oder anderen nicht so gefallen. Geschmäcker sind halt verschieden, aber ich möchte für mich einfach mal loswerden. Mein Kanal ist ein Gaming-Kanal und kein reiner COD-Kanal. Aber die wichtigste Information für die meisten von euch vorweg. Call of Duty, speziell jetzt gerade auf die aktuelle Situation gesehen, Black Ops 4 halt, wird weiter ein großer Bestandteil meines Kanals bleiben. Das heißt, es werden weitere Videos kommen, hauptsächlich aber Streams. Und auch in Zukunft für die folgenden COD-Teile, die noch kommen, wenn sie nicht verhunzt werden, wird das der Schwerpunkt meines Kanals bleiben. Weil das liegt mir einfach sehr, diese Games. Und deswegen habt ihr mich auch abonniert, was mich sehr, sehr freut. Also wichtig für euch zu wissen, zocke ich mal was anderes, heißt das nicht, dass ich Call of Duty den Rücken kehre. Ich brauche halt auch mal Abwechslung, denn ich habe festgestellt, ich habe jetzt gerade Kingdom Hearts 3 angefangen, kommt nicht bei jedem gut an. Glücklicherweise sind aber Geschmäcker verschieden und das ist auch ganz gut so. Und deswegen möchte ich jetzt einfach mal versuchen, chronologisch durchzugehen, was jetzt aktuell in den nächsten Wochen auf euch zukommt und was ich in Zukunft, also in ferner Zukunft vorhabe. Also aktuell, wie gesagt, Black Ops 4 ist und bleibt Bestandteil, möchte ich wirklich betonen. Kingdom Hearts 3. Stream ich aktuell, sind zehn Kapitel, soweit ich weiß. Sieben Kapitel habe ich quasi schon fertig gestreamt, das heißt maximal, also für die Leute unter euch, denen das überhaupt nicht passt, dass ich das streame, was völlig in Ordnung ist. Drei Streams werden es maximal noch, soweit meine Information. Und danach ist das Spiel zu Ende erzählt, weil Kingdom Hearts hat halt eine Story und die Story ist irgendwann zu Ende erzählt und danach ist das Kapitel für mich auch beendet. Zumindest was Streams betrifft. Es werden noch ein paar kleinere, kurze Videos über dieses Spiel folgen. Was ich gestern das erste Mal gestreamt habe, das haben einige von euch ja mitbekommen und das ist so richtig gut angekommen, wie ich festgestellt habe. Ich habe 30 Sekunden gestreamt, da hatte ich schon über fünf Zuschauer. Apex Legends kam vor nicht mal einer Woche raus. Das ist ein Free-to-Play Battle Royale, das ist von EA. Und ich hätte nicht gedacht, dass das so viel Bock macht. Also Apex Legends Battle Royale, es wird definitiv ein fester Bestandteil in den nächsten Wochen auf meinem Kanal sein. Und ich werde Black Ops 4 und Apex so ein bisschen abwechselnd streamen. Black Ops 4 wäre ich hauptsächlich, also spiele ich ja fast eigentlich nur Multiplayer mit meinen Abonnenten zusammen. Also mit euch zu zocken macht echt mega Laune. Apex wäre ich wahrscheinlich hauptsächlich mit Kumpels spielen, mit denen ich auch persönlichen Kontakt pflege. Was kommt noch? Im Dezember sollte Path of Exile kommen. Für diejenigen unter euch, denen das nicht sagt, das ist ein Action-RPG. Das ist eigentlich wie Diablo. Auf das Spiel habe ich mich eigentlich mega gefreut. Sollte wie gesagt im Dezember letzten Jahres rauskommen. Kam erstmals 2013 für PC und irgendwann für Xbox. Der Release wurde auf Februar, Anfang Februar betont, fallen eigentlich. Anfang Februar ist mittlerweile für mich eigentlich jetzt vorbei seit heute, gestern. Sobald das Spiel raus ist, wäre ich das häufiger streamen. Das werde ich mit meinem Kumpel Botas, was auch ein YouTube-Kollege von mir ist, streamen. Da freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Und in ferner Zukunft, da weiß ich noch nicht genau, wann es kommt. Und das weiß keiner so richtig. Und ich freue mich mega auf The Last of Us 2. Da kann ich aber noch nicht sagen, ob ich das chronologisch als Let's Play einzeln hochlade oder ob ich streame, so wie bei Kingdom Hearts, bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Solche umfangreichen Spiele wie The Last of Us sind halt schwierig zu streamen, finde ich. Irgendwo weiß man nicht, wo man einen Cut machen soll und das nächste Kapitel so richtig anfängt. Deswegen weiß ich da noch nicht so genau, wie ich das anstellen werde. Und auf was ich mich am allermeisten freue, und das wird ein mega großer Part auf dem Kanal werden, wird aber sicherlich noch bestimmt locker ein Jahr dauern, wenn nicht sogar noch länger. Ich freue mich mega auf das Remake von Final Fantasy VII. Das kam erstmals 1997 auf der PS1, wird jetzt geremakt, schon seit einiger Zeit. Sollte eigentlich schon lange draußen sein, aber irgendwie kommen die alle nicht so richtig aus der Knete. Ich vermute allerdings, dass es erst auf der PS5 rauskommt. Und warum die Vermutung, dieses Spiel ist ein verdammt umfangreiches Spiel mit einer mega geilen Story. Wer das Spiel nicht kennt, man kann das im PSN-Store von der PS1 runterladen. Das ist ein absolut hammergeiles Rollenspiel von Square Enix, quasi wie von Kingdom Hearts. Und das wird in mehreren Teilen entstehen. Also voraussichtlich werden es drei Ableger werden. Und es macht keinen Sinn, den ersten Ableger auf der PS4 zu bringen und die anderen beiden auf der PS5. Da die PS5 in ein, zwei Jahren locker sowieso rauskommt, gehe ich davon aus, dass das schon PS5 sein wird. Das ist eigentlich die Hauptinformation, die ich so ein bisschen für mich loswerden wollte. Habt ihr Fragen, Ideen, was ich vielleicht auch mal in den Spielen, die ich jetzt so vorgestellt habe, was ich so vorhabe, noch bringen könnte oder noch bringen kann? Haut es gerne in die Kommentare, wenn ihr, wie gesagt, Fragen habt. Würde ich mich sehr drüber freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Für die Leute, die das jetzt aktuell gerade heute live noch sehen werden und nicht erst morgen oder irgendwann später. Das achte Kapitel von Kingdom Hearts möchte ich gleich noch anfangen zu streamen. Ich wünsche euch jetzt schon mal ein schönes Wochenende. Wie gesagt, es war mir ein Bedürfnis, kurz loszuwerden, dass ihr wisst, woran ihr seid auf meinem Kanal. Also nochmal kurz und knapp betont, COD, größter Bestandteil meines Kanals, ist es und bleibt es. Jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.